Der 100,5. Das Hitradio Fohlen Talk im Forum Wegberg. Und ich würde sagen, wir kommen auch gleich zur Sache. Hinten steht da schon der Größte im Raum wahrscheinlich. Ruhl Brauers, Publikumsliebling, alteingesessener Borusse, Frank Geideck, den Co-Tenor von Borussia Mönchengladbach. Chef Jörn, komm mal hoch. Unschwer zu erkennen, Tätowierer vom Hauptberuf. Vor zwei Jahren, wo er Vierter geworden ist, hat auch eine ganz gute Mannschaft. Aber diese, denke ich, ist qualitativ vielleicht noch ein bisschen besser. Holländer, lustig und super Typ. Sehr bodenständiger und einfach ein Gladbach-treuer Spieler. Ich sage mal, wenn er im Spiel reinkommt oder auch von Anfang an spielt, er ist immer zu 100 Prozent da und macht kaum Fehler. Das ist sicherlich meine Aufgabe oder das Anforderungsprofil an meinen Job, mich auf die Cheftrainer einzustellen und dennoch das umzusetzen, was sie vorgeben. Und wenn das nicht funktioniert, dann liegt es an mir. Dieser vierte Platz soll Ende der Saison bleiben. Das passt zur Mannschaft, auch Zukunft wieder für international. Es dürfen auch keine explosiven Feuerwerkskörper in Menschenmengen gezündet werden. Aber eine Pyro, die hochgehalten wird und abbrennt und auch da abbrennt, halte ich nicht für so bedenklich. In dem schwersten Jahr in der Zeit, wo ich hier war, wo der Lucien Favre dann übernommen hat, haben wir gesagt, dass wir uns von Spiel zu Spiel konzentrieren und nicht sagen, wir wollen in drei Monaten oder vier Monaten die Klasse halten, sondern jetzt am nächsten Wochenende ist das nächste Spiel und darauf konzentrieren wir uns. Und ich bin der Meinung, dass das immer das Beste ist. Und der ist gefährlich und das ist es. Schade. Schade, schade. Gut gespielt. Euch danke fürs Kommen und stellt euch an, holt euch ein Autogramm und dann bis demnächst.